Hey Leute, es ist Wazytime und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute haben wir was ganz besonderes für euch. Heute, das ist die Frage, die haben sich alle schon immer gestellt, welche Anime-Charaktere hassen uns eigentlich? Jetzt finden wir es heraus. Wir werden erstmal dann richtig abheulen, bevor wir dann unser normales Leben weiterführen können. Ja, wenn wir herausfinden, dass irgendwie Levi uns hasst oder so. Also wir machen zwei Quizzes, nämlich einmal das, welcher Attack on Titan Charakter hasst uns und dann auch ein, welcher Haikyuu-Charakter hasst uns. Und ich sage nur so viel, wenn wir herausfinden, welcher Haikyuu-Charakter uns hasst, egal wer es sein wird, das wird uns sehr schwer treffen. Lass uns direkt loslegen. Würde ich auch sagen. Fangen wir an mit dem Attack on Titan Charakter, welcher hasst dich Quiz. Das war kein Deutsch. Yes. Geil. Jeder weiß, was du meintest. Ey, ich muss erst mal meinen Namen eingehen. Ja, sag ich ja, ist hart. Okay. Okay, die erste Frage, es fängt an mit, was für ein Sternzeichen sind wir? Ja, jetzt verraten wir ja schon unsere ganze Persönlichkeit. Das ist ja krass jetzt. Ja, ich bin auf jeden Fall Fische. Ja, ich bin auf jeden Fall Aries, also Widder. Gut, nächste Frage. Würdest du alles für deine Freunde-Geliebten tun? Ja, natürlich. Hängt von der Situation ab. Wenn es mich in Gefahr bringt, dann nicht. Nein, lol. Kommt drauf an, welche Person es ist. Also, über welche Situation jetzt welche Person. Und dann, ja, ich würde alles für sie tun. Ja, muss ich jetzt kurz überlegen? Ich muss auch überlegen. Sagen wir gerade schon ihre Antwort? Nee, nee, ich muss auch überlegen. Also, ich will jetzt hier nicht auf heiligen Samaritza tun, weißt du? Sag's nicht. Oder du kannst mir eigentlich sogar sagen, welche Antwort du willst, oder? Ja, ja. Das würde uns beeinflussen, wenn wir uns unsere Antworten sagen. Das würde nur dazu führen, dass wir uns mehr selbst reflektieren. Also, ich habe meine Antwort gewählt und meine Antwort ist, es hängt von der Person ab. Ja, das... Und da habe ich Salome schon beeinflusst. Nein, 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 du hast mich nicht beeinflusst. Weil sie ihre Antwort nicht gewählt hat. Ich hatte es tatsächlich auch. Ja, ich hatte es tatsächlich auch die Idee, das zu nehmen. Ja. Also, entweder, ja, ich würde auch sagen, es kommt auf die Person an, weil es jetzt irgend so ein Typ ist, mit dem ich keine Bindung habe. Es geht darum, Freunde und Geliebte. Dann würde ich alles für sie tun. Du bist so... Ich will ja nicht auf guten Samaritza tun. Nee, ich habe nochmal... Also, gut, dass sie mich darauf hingewiesen ist, weil ich dachte, jetzt jeder hängt bei mir trotzdem von der Person ab. Ist mir auch egal. Nächste Frage. Also, ihr kennt bestimmt alle ganz sicher diese Szene bei Staffel 4 von Attack on Titan, wo Mikasa, Armin und Eren an diesem Tisch sitzen und Eren kleinart gesagt hat, dass er Mikasa hasst. Und darum geht's jetzt. Das war witzig. Jetzt ist die Frage, wen würde man verteidigen bei dieser Table-Szene, also dieser Szene. Und ja, was ist jetzt die Antwort? Das ist eine gute... Ich würde natürlich Mikasa verteidigen, meine Fresse. Also, ich bin... Kommt der Gatekeeper raus. Ich muss Mikasa. Das ist... Ich bin auf ihrer Seite. Ich kann mich nicht entscheiden, weil ich... Ey, weh, du wirst verehren. Dann ist unsere Freundschaft gekündigt. Alter, um halt die Schnauze und lass dich erklären. Sorry. Aber wie war das nochmal mit dem Beeinflussen? Wenn der Kuchen spricht, sind die Krübel leise. Ich bin nicht auf Erens Seite, aber ich bin sowohl auf Mikasas als auch auf Amins Seite. Also, ich würde versuchen, beide verteidigen zu wollen. Und dementsprechend kann ich mich jetzt nicht festlegen, ob ich Amin oder Mikasa verteidigen würde. Und dementsprechend sage ich, ich kann keine Seite wählen, weil ich versuchen würde, zwei verteidigen zu wollen. Und das ist hier keine Option. Alles klar. Dann weiter, oder? Ja, nächste Frage. Und zwar die nächste Frage ist, was sind Freunde für dich? Sind das für dich Menschen, die dir ein Gefühl von Komfortabilität geben? Sind das Leute, die du unglaublich liebst? Sind das Leute, die du um jeden Preis beschützen willst? Sind das Leute, die dir Freude bringen? Sind das Leute, die immer für dich da waren? Sind das Leute, die halt aktuell da sind, aber aus dem Grund? Oder sind das für dich nur Leute, die dir helfen, irgendwas zu erreichen? Kann ich tatsächlich nicht entscheiden, ob ich Sense of Comfort oder Who Bring You Joy nehmen würde? Ja, da war ich tatsächlich auch gerade. Aber was für ein Wunder, wir sind ja auch miteinander befreundet. Unsere Antworten müssen ja ein bisschen ähnlich sein. Wir sind befreundet. Ach, erst hast du so ein Business-Ding. Hier ist richtig irre. Worauf den Kiki? Aber der ist jetzt schon gebrochen. Für mich sind Freunde Leute, die, ganz ehrlich, mich vielleicht nicht immer zum Lachen bringen, aber immer irgendwie ein wohliges Gefühl in mir auslösen. Ich glaube, ich würde das Gleiche nehmen. Wenn man sich wohlfühlt, ist man auch einfach man selbst und man kann man selbst sein und das ist das Wichtigste bei einer Freundschaft. Ich glaube, Levi wird uns hassen. Okay. Oh mein Gott, unsere Meinung zur Historia. Okay, das ist jetzt, okay. Also erstens, ich hasse sie oder ja, ich mag sie nicht so sehr. Sie ist okay. Ich bin überrascht, dass sie noch lebt, wenn ich ehrlich bin. Ich habe nicht wirklich eine Meinung gegenüber ihr. Sie ist verdammt cool. Ich liebe sie. Ich liebe sie so sehr. Ich bewundere Historia so sehr. Sie ist zu nett, aber sie ist okay. Ja, da weiß ich ja mal direkt, was ich nehme. Sie war am Anfang von Ja. Oh, Spoilerwarnung. Ja, Spoilerwarnung. Sie war am Anfang von Staffel, nee, Staffel 3 fand ich sie mega. Ich auch. Das war das, was sie so richtig stark war, richtig? Ja. Eine richtige Meinung hatte. Ja, dann war Staffel 3. Wirklich. Und dann kam Staffel 4 und sie war auf einmal schwanger und ist überhaupt nicht mehr aufgetaucht. Mega. Also, nee, ich fand, also Staffel 4 ging gar nicht. Also, da habe ich wirklich gedacht, ciao. Ich glaube, dann würde ich eher sagen, ich habe nicht wirklich eine Meinung zu ihr, weil ich fand sie in Staffel 3 mega cool, mochte sie da. In Staffel 4 ist sie halt kaum noch aufgetaucht. Das war halt nicht so cool, aber jetzt nicht so uncool, dass ich mir denke, boah, jetzt mag ich sie nicht mehr als Charakter. Ja, das stimmt. Die ist halt irgendwie, ja, also, ich würde tatsächlich sagen, dass ich sie gar nicht so mag. Weil ich muss tatsächlich sagen, ich fand sie immer, also, ich fand sie noch nie wirklich cool zu Beginn, dritte Staffel, fand ich sie dann cool, aber das ist dann wieder total schnell mit der vierten Staffel abgesunken. Und eigentlich, wenn ich ehrlich bin, mochte sie von Anfang an nicht so gerne, weil sie mir zu perfekt war. Ja, ich habe nicht wirklich eine Meinung zu ihr. Das ist die spannendste Antwort, die man bei sowas geben kann. Ach nö, was ist denn hier? I love reading this, so what's your opinion, my mate? Jetzt sollen wir der ihre Top, der, er, sie, es, das, es muss mit, äh, Top Ten raten. Als abgie daraus. Aber Saloui und ich, wir können halt beide nicht schreiben, ne? Deswegen nächste Frage. Nächste Frage. Nächste Frage. Titten. Die Antwortmöglichkeiten sind ja. What the fuck? Titten. Nein. Ich bin verwirrt. Sicher. Oder Boops mit dem Zeichen, diesem Krokodilswunsch. Ich glaube, ich bin sehr bei I'm confused oder ähm. Ja, ich, ich nehme, ähm. Ich glaube, ich nehme dann I'm confused. Wie ist unsere Meinung über Ehren aus der Staffel 4? Hm, schwierig. Ja. Vor allem das erste so, er verdient das Beste, ich liebe ihn. Ich bin immer auf seiner Seite. Ich bin nicht seiner Meinung, mit manchen Handlungen, aber ich mag ihn trotzdem sehr. Ich denke, er ist okay. Ich hasse ihn. Also, ich habe eine Hassliebe mit ihm und, äh, I don't really care. Aber generell sind diese Antworten schon alle sehr positiv konnotiert. Es geht mehr in Richtung, dass man ihn trotzdem liebt. Ja, also, ich glaube, der Ersteller mochte er denn. Ich glaube auch. Ich sag mal so, der Typ hat ne Macke. Keiner weiß, was der vorhat. Warum gibt's denn nicht so was wie, ich hasse ihn nicht, kann aber seine Handlungen nicht nachvollziehen? So was neutraleres, als ich hasse ihn, aber auch keine Hassliebe, aber er ist mir auch nicht egal, aber ich finde ihn auch nicht okay, sondern schon etwas schlecht. Warum gibt's nicht so was? Naja, das ist halt pure Manipulation vom Ersteller. Ganz ehrlich, ist mir Wumms. Wow, du hast eine richtig gute Antwort. Okay, dann mach ich ja Hassliebe. Beende das Wort. Homo. Okay, das ist jetzt ein bisschen schwierig zu übersetzen. Homicide heißt Mord. Homosexual, das muss ich nicht übersetzen. Homophobic, jemand der homophob ist. Homosexual and phobic. Eieiei. Homo all of the above, also alles, was bisher genannt wurde. Und einfach nichts. Ich nehme natürlich den Mord. Ich nehme den Homosexual, Sexual. Jetzt müssen wir schon hier was schreiben. Wir können doch nicht schreiben. Das ist echt nicht nett von dem Aussteller. Wir können ja einfach auf die Tastatur hauen und gucken, was passiert. Oh, ich habe eine Idee. So, Batsch. Mega. Nächste Frage. Antwort. Jetzt kommt die Antwort. Was ist das Ergebnis? Oh mein Gott. Ja, okay, damit kann ich leben. Wer ist es bei dir? Anni Leonard. Oh, bei mir ist es Sascha. Oh, okay. Naja, aber wie würde sie mich hassen, wenn sie tot ist? Also Mikasa zum Glück nicht. Aber Anni, ja, die kann mich ruhig hassen. Die ist mir eigentlich ziemlich egal. Ich würde einfach dann versuchen, mit Sascha das Essen zu teilen. Und dann sind wir so. Okay, nächste Frage. Nächstes Quiz. Nächstes Quiz. Jetzt stellen Salome und ich uns den wohl härtesten Quiz für uns. Nämlich beantworten wir jetzt ein für alle Mal die Frage. Welche Haikyuboy würde uns hassen? Okay, wähle eine Farbe aus. Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau oder Lila? Das ist schon mal eine schwierige Frage. Ich mache es jetzt abhängig an meiner Haarfarbe, deswegen Rot. Ich sage Blau. I love Rot. I love Rot. Wähle ein Tier aus. Frosch, Hase, Maus, Schlange, Bär, Elch. Ich wähle den Hasen. Oh, Hase oder Elch. Ja, oder Bär. Was für Elt. Ich nehme den Elch, Junge. Ja, gut. Weiter geht's. Wähle ein Team aus. Karasuno, Seijo, Nekomashira, Torizawa oder Fukurodani. Karasuno. Natürlich Nekomashira. Wähle eine Kunstform. Malen, Skulpturen machen, singen, schreiben, tanzen oder Musik spielen. Ich glaube, da würde ich Musik spielen nehmen, weil das ist das, was ich auch könnte. Ja, natürlich Singing, weil ich eine engelsgleiche Stimme habe. Oh, ja. Nein, da würde ich eher Dwaring nehmen. Okay, wähle ein Meme von 2019. Oh. Ich finde das oben links schon richtig gut. Ohne Witz, ich muss das oben links nehmen. Ich glaube, ich nehme den Spongebob. Ah, finde ich gut. Ja, wähle deinen Lieblings-Social-Media-Account. TikTok, Instagram, Twitter, Trumblr, Facebook, Snapchat. Natürlich Trumblr, jeden Tag Trumblr, ne? Trumblr? Trumblr? Trumblr! Sorry, aber kennst du Donald Trump? Ja, Instagram. Instagram oder Twitter. Ich glaube, ich würde Twitter nehmen. Ich nehme Instagram. Weiter? Das ist Lieblings-Ship, Alter. Als ob ich Haikyo-Charaktere shippe. Ich shipp die alle mit mir. Ich shipp die alle mit mir. Ich shipp die alle mit mir. Nein, das ist sogar eine Auswahlmöglichkeit. Ja? Aber mir ist das natürlich völlig egal. Nee, ich kacke ja mein Hinatser. Ne? Also, das ist schwierig jetzt. Ich muss überlegen. Oh nein! Ich hab die Antwort! Oh nein! Was hab ich? Okay. Oh, das ist aber schade. Was hast du? Ich hab Bokuto. Oh! Okay, Bokuto ist wirklich gerade. Aber der kann doch niemanden hassen. Voll unrealistisch. Okay, pass auf, pass auf, pass auf. Bokuto hasst dich, weil du nicht das Kind in der Schule warst, was geschrien hat. Was? Was in den Gängen geschrien hat, während der Unterricht war. Sei manchmal was lauter oder so. Oder Bokuto hasst dich? Das ist eine verrückte Antwort. Wunderschön. Bei mir steht auch voll die Scheiße. Wer ist es denn bei dir? Bei mir ist es Nishinoja. Awww. Ja gut, wenn du seine Teammates shippst. Natürlich hasst er dich dann. Ja, aber der hasst mich, weil ich nichts mache, was so Wiedererkennungswert hat. Und während er rumjumpt und Rolling Thunder macht, mache ich gar nichts. Und das hasst er an mir. Du hasst einfach keinen Wiedererkennungswert. Das hasse ich auch an dir. Also ich habe keinen Wiedererkennungswert mit meinem Körper. Also kein Signature-Move oder so, wie sein Rolling Thunder. Das hasst er an mir. Ich mache richtig coolen Signature-Move. Allein finde ich ihn nur, damit er mich wieder mag. Ich werde anfangen, in den Gängen zu schreien, während Leute im Unterricht sitzen. Ohne Witz, wir haben davor ein anderes Quiz gemacht. Nee, die Leute sollen nicht wissen, dass ich so einen Crush auf Kuro habe. Das ist ja peinlich. Sonst wissen die doch schon. Also falls ihr euch noch an das Video unserer Top 10, keine Ahnung, irgendwas Männer erinnert. Es war ja jeweils Platz 1 bei mir, Kuro. Folgende Situation. Ich habe vor ein paar Tagen so ein Quiz schon mal zugeschickt. Ein anderes. Welcher Haikyuu-Charakter hasst uns? Weil uns ist die Antwort darauf wirklich wichtig. Mich hasst Atsu und sie hasst Kuro. Also ich würde mal sagen, schwierig. Bald ist es nämlich soweit, ne? Wir fliegen nach Japan und heiraten Anime-Charaktere. Oh Gott. Das ist jetzt so der nächste Schritt. Es war auch nur 35 Prozent Cringe. Und ich weiß gar nicht, ob wir das schon gesagt haben irgendwann, aber wir haben auch einen TikTok-Kanal. Wer uns da folgen will, kann das gerne machen, weil wir werden da jetzt ein bisschen aktiver. Ah, jetzt TikToks. Wie cool geht's. Ja, aber kein cringiges Zeug. Also ja, das ist cringe. Wir machen cringiges Zeug. Schaut einfach rein und lasst euch überraschen. Und ansonsten vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ihr könnt gerne eine positive Bewertung geben und schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr glaubt, welcher Haikyuu-Charakter euch hasst. Ansonsten, wir verlinken mal beide Quizzes in der Videobeschreibung. Vielleicht habt ihr auch Bock, die zu machen. Wir sind gespannt, ob eure Antworten. Und vergesst nicht, Leute, ein Weep zu sein bedeutet nicht traurig sein, wenn euer Lieblingscharakter euch hasst. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Macht das Beste draus. Tschüss. Tschau. 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 Tschau.